Hallo, seit Tagen beschweren sich die Zuschauer unter unseren Videos über die unglaublich schlechte Verbindung zu YouTube. Videos würden nicht mehr ordentlich geladen, laggen, was das Zeug hält. Daher in diesem Video nur eine kleine Anmerkung. Klar ist, die Telekom kann YouTube nicht richtig leiden. Okay, streng genommen Google, aber das ist ja das Gleiche. Das haben sie auch schon mehrfach kundgetan. Aber in den Kommentaren jetzt einfach nur zu sagen, dass es laggt und dass die Verbindung so unglaublich scheiße ist, das bringt keinen weiter. Was die Nutzer eher weiter bringt, ist, dass sie noch dazu packen, welchen Provider sie haben, damit die anderen, die die Kommentare lesen, sich ein entsprechendes Bild davon machen können. Von wegen, wenn da 500 mal steht, meine Leitung ist scheiße, es laggt, weil ich bei der Telekom bin bzw. und ich bin bei der Telekom, dann kann man relativ schnell raus sehen, okay, 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 es liegt wahrscheinlich an der Telekom. Und Nutzer, die bei anderen Providern sind, die können dann im Umkehrschluss daraus schließen, dass niemand außer ihnen selbst die Probleme hat, also wird das Problem wahrscheinlich lokal sein. Das ist ja auch durchaus möglich. Wir hatten hier mitunter selbst solche Probleme und unser Provider-Support hat daraufhin geraten, einfach mal das Modem kurz abzuschalten, also Strom raus, drei Minuten warten und wieder rein und dann wird sich das Problem erledigen. Und ja, zumindest auch hier, das Problem hat sich dahingehend immer erledigt. Hatten wir allerdings auch erst dreimal innerhalb von mehreren Jahren. Um feststellen zu können, wo es genau hakt, können sie natürlich auch noch einen Speedtest durchführen. Link in der Beschreibung haben wir in einem anderen Video schon mal gezeigt und natürlich auch ein Link direkt auf den Speedtest. Unsere Zuschauer werden wahrscheinlich noch andere Speedtests für andere Provider ebenfalls hinzufügen. Auch YouTube bietet solch einen Test an. Wenn ich jetzt einfach mal hier nach oben fahre, das Video neu starten lasse. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. Okay, Werbung werden wir jetzt gleich mal überspringen. Sie würden das natürlich nie tun. Dann können wir hier rechte Maustaste und dann haben wir hier Geschwindigkeitstest durchführen. Und dann wird dann hier gezeigt, das bin ich und das sind alle anderen. Ich bin also nicht nur schön, sondern auch noch verdammt schnell. Sollte sich das für Sie ebenfalls entsprechend bestätigen, haben Sie natürlich das Problem irgendwo anders. Ansonsten dürfte Ihre Grafik hier ein bisschen anders aussehen. Wenn Sie können, können Sie natürlich Ihre Schlüsse draus ziehen und einen anderen Provider suchen. Vorausgesetzt, andere Kommentatoren schreiben nicht, dass Sie dieselben Probleme bei einem anderen Provider haben. Ansonsten haben uns auch einige Zuschauer von einem Add-on berichtet, namens Telekom YouTube Turbo. Link finden Sie natürlich in der Beschreibung. Damit soll wieder die alte Geschwindigkeit erreicht werden. Wir können die Funktionen des Add-ons natürlich hier nicht nachprüfen, da wir ja gar nicht bei der Telekom sind. Vom Arbeitsablauf her prüft allerdings das Add-on, auf welcher Seite Sie sind. Und in dem Moment, wo die Seite auf YouTube.com endet, also Sie auf YouTube sind, dann wird der Zugriff auf den Telekom-Proxy eingerichtet. Laut Nutzern soll das Ganze dann wieder funktionieren. Einen Proxy zu nutzen, ist eigentlich immer eine gute Idee. Insoweit können Sie den eigentlich auch grundsätzlich angeschaltet lassen. Für diejenigen, die das nicht wünschen, die können natürlich auch das Add-on hier benutzen oder halt die Einstellungen von Hand selber vornehmen. Zum Beispiel jetzt hier mal in Firefox gezeigt, unter Einstellungen. Dann haben wir hier erweitert, dann haben wir hier Netzwerk, dann haben wir hier Einstellungen. So, und dann hier die entsprechenden Daten eintragen. Manuelle Proxy-Konfiguration. So, und was hier eingetragen wird, das können wir ganz einfach hier rauslesen. Auch hier Link in der Beschreibung von der Telekom. Ich scrolle mal ein bisschen nach unten. Da haben wir hier Proxy-Server für World Wide Web oder HTTP. So, wird das hier einfach Steuerung C kopiert. Dann gehen wir noch mal in unsere Einstellungen. So, wird das hier eingetragen. Port ist allerdings 80. Und das war es dann auch schon. In dem Moment geht mein Firefox hier über den Telekom-Proxy. Das Ganze gilt natürlich jetzt auch nur für Telekom-Kunden in diesem Fall. Wenn Sie auch einen Proxy nutzen möchten, Sie haben eventuell noch keinen eingerichtet, sind bei einem anderen Provider dann einfach Ihre Standard-Suchmaschine befragen. Das mache ich jetzt mal hier auf die Schnelle mit dem Google Chrome. Da ich ja gerade den Proxy beim Firefox eingetragen habe und den Telekom-Proxy nicht benutzen darf, weil ich nicht bei der Telekom bin, kriege ich natürlich hier auch keine Antwort. Also einfach Provider-Name. Ich nehme jetzt mal Unity Media Proxy. Zack. So, Tipps und Tricks. Oder auch hier kann man sich dann was raussuchen. Ist also grundsätzlich zu begrüßen. Haben wir in einem anderen Video schon mal ausführlicher erläutert. Link in der Beschreibung. Und ebenfalls die gezeigte Änderung hier jetzt im Firefox gilt natürlich nur für den Firefox. Wenn Sie natürlich jetzt YouTube mit einem anderen Webbrowser nutzen möchten, dann müssen Sie dort auch einfach die Einstellungen aufrufen. Und jetzt hier in dem Google Chrome haben wir hier unter Netzwerk Proxy-Einstellungen. Der ruft allerdings die Standard-Windows-Einstellungen auf. Sehen wir hier an diesem Dialog. Passt nicht hier zum Google Chrome. Und wenn wir dann jetzt hier unter Verbindung haben wir hier LAN-Einstellungen. Dann haben wir hier Proxy-Server. Und dann tragen wir das hier auch noch ein. Und dann funktioniert das hier auch. In diesem Fall für den Google Chrome ändern wir die Windows-Einstellungen. Das heißt, das gilt dann jetzt hier Windows-weit, aber nur halt für HTTP. Also für das ganz normale World Wide Web Internet. Webbrowser. Okay, brechen wir das wieder ab. Sollte das hier Ihre Probleme lösen, bedanken Sie sich bei den anderen Zuschauern, die uns auf das Problem aufmerksam gemacht haben. Und natürlich auch bei den Zuschauern, die die Lösung direkt mitgeliefert haben. Insoweit okay. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Okay. Das ist die Frage.